Neues aus dem Koala-Land. Die Koalas sind lustige Bären mit Bäuchen voller Schokocreme. Wir sind neugierig und unternehmungslust. Mit lieben Abenteuer im Koala-Bärenland. Und zu den knusprigen Schokobären gibt's jetzt bunte Koala-Spielfiguren. In jeder Packung zum Sammeln und Spielen. Im Koala-Land ist immer etwas los. Jetzt in jeder Packung für Kinder eine Extra-Überraschung. Jetzt in jeder Packung für Kinder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017